Hallo bei aeromil.com. Ich möchte heute mit euch einen Marillenschokokuchen mit Kokos zubereiten und wir brauchen dafür Butter, Staubzucker, Eier, Mehl, Vanillezucker, Backpulver, Salz, Schokolade, Kokosflocken, Kokoslikör und dann noch etwas Zucker zum Garnieren. Ich habe jetzt die Butter mit dem Zucker und den Eiern schaumig gerührt und das Mehl habe ich mit Backpulver vermischt und mit einer Prise Salz gewürzt und jetzt nehme ich meine Kokosflocken und gebe da drei Löffel Mehl dazu, vermische das einmal und dann nehme ich aus meinem Abtrieb zwei Schöpfe heraus und verrühre das für meine Kokosmasse. Die Schokolade habe ich erreicht und in den restlichen Abtrieb gemischt und jetzt gebe ich hier das Mehl unter. Ich habe die Kokosmasse jetzt in einen Frischhaltesack gefüllt, habe das Spitzerl abgeschnitten und werde jetzt der Streifen auf meinen Kuchen dressieren. Und dann sein tünnes Gitter und in die Zwischenräume. Ich habe meinen Kuchen jetzt mit Marillenhelften belegt und werde ihn jetzt im Backofen, das ich auf 180 Grad vorgeheizt habe, langsam backen. Ich habe meinen Marillenkuchen ein Stück geschnitten, auf einer Platte angerichtet. Ihr seht ganz wunderbar die Schicht aus Schokolade, Kokos und oben auf die saftigen Marillen. Das genaue Rezept und die genaue Anleitung gibt es wie immer unter www.euromil.com www.euromil.com www.euromil.com